Ein herzliches Hallo aus dem Abgeordnetenhaus. Sebastian und ich sind heute hier wieder zur Plenarsitzung und gleich kommt eine spannende Debatte. Sebastian, zum Mietendeckel. Dein Lieblingsthema? Absolut. Ein Thema, was für uns in der Stadt von großer Wichtigkeit ist, weil eigentlich sollte es ja darum gehen, die Mieten in dieser Stadt zu senken und für die Zukunft eine Verabredung zu treffen. Wie kann das besser werden? Die Koalition hat einen sogenannten Mietendeckel eingeführt, ein Chaosdeckel, der dazu führen wird, dass wir in den nächsten Monaten, wenn sogar in den nächsten anderthalb Jahren für die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt keinerlei Rechtssicherheit haben, auch für die Eigentümer keine Rechtssicherheit haben. Also wir erwarten ein großes Chaos, keine Mietentlastung, sondern wie im Juni 2019 schon passiert, Mietsteigerung. Wir werden das deshalb auch ablehnen, haben Alternativvorschläge dazu eingebracht, dazu sicherlich dann später mehr. Und Chaos haben wir auch bei den Richterinnen. Sie haben nämlich zurzeit keine Frauenvertretung. Und das hat der grüne Justizsenator für Antidiskriminierung im Übrigen vor dem Oberverwaltungsgericht erstritten gegen die Frauenvertreterin. Und wir meinen, das kann nicht sein. Wir müssen das Landesgleichstellungsgesetz klarstellen, sodass auch die Richterinnen eine Frauenvertretung haben. Wir müssen das Landesgleichstellungsgesetz klarstellen, sodass auch die Richterinnen und Mieterinnen 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 und Mieterinnen.